Hallo zusammen, es ist wieder Zeit für einen neuen Cooking Sunday und heute gibt es nichts geringeres als meine geliebten Protein Pancakes. Gibt es bei mir tatsächlich jeden Morgen zum Frühstück, eignet sich aber auch perfekt als Prostfröheport. Probiert es gerne aus, macht es nach und berichtet mir wie es euch geschmeckt hat. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Musik 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 Das war das Rezept zu meinen Protein Pancakes. Ich hoffe es hat euch gefallen oder am besten Fall sogar Hunger gemacht. Macht es gerne nach, probiert es aus und lasst mich wissen, ob es euch geschmeckt hat. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal, haut rein.